Wollt ihr Deepfake-Videos wie dieses selbst machen? Folgt zunächst dem Sound zum Original-Video und ladet dieses herunter. Schneidet es dann zu einem Quadrat zurecht, zum Beispiel mit ezgift.com, ladet es herunter und ladet es zusammen mit einem Bild eurer Wahl in Google Drive. Googelt dann nach First Order Model Demo Collab, bis ihr diese Ansammlung von Python Scripts findet. Hier werden auch alle weiteren nötigen Schritte erklärt. Wie zum Beispiel zwei weitere hier verlinkte Dateien, die ihr ebenfalls in euer Google Drive laden müsst. Wenn ihr alle Skripte ausgeführt habt, seht ihr hier das Ergebnis. Dieses könnt ihr dann herunterladen und eventuell noch nachbearbeiten. Zum Beispiel dürfte es nötig sein, das Ergebnis schneller abzuspielen, da es sehr langsam ist. Fragen könnt ihr in den Kommentaren stellen und vergesst nicht, ein Like und ein Follow da zu lassen.